John William Waterhouse war britischer Maler. Er gehörte zwar zur Künstlergruppe der Prä-Rapha-Eliten, kann aber zusätzlich dem akademischen Realismus zugeordnet werden. Der Künstler wurde 1849 in Rom geboren und starb 1917 im Alter von 67 Jahren in London. Nachdem Waterhouse im Alter von 5 Jahren, 1854, mit seiner Familie nach London zog und kurz darauf sowohl seine Mutter als auch seinen Bruder an Tuberkulose verlor, wurde er zunächst von seinem Vater unterrichtet. 1871 wurde er Student der Bildhauerei und stellte bereits ein Jahr später in der Royal Society of British Artists aus. In seiner Kunst, die unter anderem eine Mischung aus Klassizismus, Fantasie und Wirklichkeit darstellte, ließ er sich von den viktorianischen Künstlern vor seiner Generation inspirieren und entwickelte daraus seinen eigenen Stil. Zwischen 1876 und 1883 verbrachte er viel Zeit in Italien und malte dort zahlreiche Bilder. Dabei nutzte er hauptsächlich Ölfarben. Während sein berühmtestes Werk, The Lady of Shellard, 1888 von Sir Henry Tate gekauft wurde, konnte Waterhouse eines seiner letzten Gemälde, die Enchanted Garden, vor seinem Tod nicht mehr fertigstellen.